Den Hinterbau machst du am besten du, weil davon habe ich keine Ahnung, da hast du das gemütigt drin. Ja, ja, ja. Genau. Aha, ok. Haben wir einen Notenblock eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Äh, wie viele brauchen wir von denen? Einen nur. Halt den einen, einen Masterhandelfenblock. Eine Ahnung, wie gesagt. Ja, macht nix. Ist doch nicht richtig erstmal. Doch, einen haben wir da, der steht noch im Antrieb vorm Originalding. Ähm, stimmt. Den Originalding zerleg ich jetzt erstmal. Glaublich. Warte mal, wie ist denn das hier? So, Martin, das wäre dann alles, glaube ich. Erstmal. Ja, geil. Dann fehlt jetzt nur noch der Hinterteil. Ja, das ist up to you. Ja, geil. Unsortig. Will dich auch nicht so unter Druck setzen, aber das ganze Projekt hängt jetzt von mir ab. Geil. Natürlich super. Ja, freuen wir uns doch, ne? Ja, klasse, ist immer gut. Ähm, was kannst du jetzt machen? Nicht, ausgraben. Ausgraben. Ausgraben, das ist was sinnvolles. Ausgraben und die Kiste, wir waren das im Sitzen. Ich will kurz mal die Aufnahme beenden, gucken, ob das überhaupt was ist. Was ich hier mache. Alles zu meiner Zufriedenheit. Alles zu meiner Zufriedenheit, das ist ja gut. Ja, mein Mikrofon klingt halt furchtbar, aber... Ja... Kein Vergleich zu dem, was ich normalerweise hab. Ja, mein Gott. Muss ja dann auch ein besseres Placement suchen. Ja. Ja, bei mir hast du halt ständig im Hintergrund das Rauschen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, wahrscheinlich der Laptop. Oh shit. Ja, weil, äh, Klima hab ich extra ausgeschaltet. Mhm. Ah fuck, jetzt hab ich das ganze Ding schon verschoben direkt. Damit ich den Notenblock hingefasst hab. Damn, das sucks. Da würde ich darauf gar keinen Fall den Notenblock anfassen. Ja, ich hab dich den Notenblock an. Ja, ich hab dich, das vita. Ja, ich hab dich ja recht. Ja, ich hab dich in beiden Notenblock an. Ja, ich hab dich in den Notenblock. Ja, ich kann dich, das ne K-けれin. Ja, ich hab dich nicht einfach gesagt. dass du hier mit dementerierst. to marketspanien! Und jetzt muss ich dich. Ja, ich weiß. Und jetzt Deixa du hier mit den Notenblock dúder. Ich hab mich entschieden. Oh f**k, wo habe ich in den Slime-Block gesehen? Echt fast. Ah, kriegt die Krise. Martin kriegt die Krise. Alles mies. Diese Krise. Okay, ähm, ba 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 ba. Uh, was ich auch machen könnte. aspirations. Ah, das ist eh. Okay, wie man weiß sie es? Oh, was ich weiß, okay? Oh, okay. Oh, wow. Wow, die Welt ist nicht so nett. Oh, was ich sagen. Oh, das ist gut. Oh, wow. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. bin ich auch schon mal vorbereitet, das wäre gleich nicht schlecht so, okay, das ding ah ja, das ist gut und was du dann machen kannst, du siehst doch hier ganz am ende wo ich jetzt bin, ja, wenn du fertig bist hier ganz ruhig so, das ist der Jugend ja, sowieso anders in der Jugend perfekt, hast du ein paar Pistens für mich yes ah, perfekt was du machen kannst, nämlich, wir haben ja hier diese Slime-Blocks, genau und dann, warte, das ist ein Temporärer und dann ist das Ding hier, warte, das ist falsch rum ah, fuck, okay, das heißt, wir bauen den hier gar nicht auf den Slime-Block oben drauf muss ein Redstone-Block aha also das hier ist Redstone-Block ja und dann hier Observer und hier Piston okay, warte, warte, warte ja, leider nicht die letzten Blicke dabei, aber äh, haben wir kein Redstone mehr in der Truhe? ich ah, shit ja 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 aber die Konstruktion muss auf jeden Fall vor jedem ja und das hier muss auch noch fertig ausgegangen werden hier ah ja okay aber der Payoff wird anders mhm sind ja auch einfach fast fertig mal eine Stunde oder so äh so viel ist da jetzt auch noch mal eine Stunde hier ist nice wunderbar ah shit okay ich brauche dringend Redstone-Blocks okay ich brauche dringend Redstone-Blocks okay ich geh mal in den Spül noch welche nein was ist los? oh ich habe unseren Bubble Elevator zerstört auslösen können oh no pain ich habe auszusehen eine Fackel platziert und dann wird das alles wieder fließendes Wasser und kein Sourceblock mehr und dann ist alles wieder ohhh money ja ich krieg die Krise mal ja lass es erstmal so, das passt schon ne ist eigentlich nur zu fixen ja aber es kostet uns achso ja ja wir können ja in der Zwischenzeit den Beacon nutzen die Evil Trunk ja und wenn ich jetzt nicht halt in der nächsten Stunde irgendwann ins Bett müsste dann ja ja ich hoffe es funktioniert dann auch und fliegt nicht irgendwie in die Luft beim ersten ja das wäre ein Downer das wäre ein richtiger Downer das wäre ein richtiger Downer das wäre ein gutes Gefühl ins Bett gehen sagst du ja 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 ist das wenigste immer fertig ausgeklarm so Fertig ausgeklarm wenn du was? nein Die Püste. Crafting punch. Ja, ja, warte, warte. Püste verschoben. Püste. Za. 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 Hier, ich brauche Slime Blocks, ich brauche hier, und ich brauche noch Redstone Blocks damit, und Pistons. Mhm. Okay, alle Pistons kannst du erlauben hier. Und Redstone Blocks kriegst du auch. Das geht nicht nur, ich brauche dir das Ganze, und ich brauche das Ganze zu beutragen, aber wir können mal ein bisschen entscheiden. Ich brauche das Ganze an, der ich brauche, und rechnebe mir auch einem schönen Tag. Aber ich brauche dir das Ganze umsohlt. Und ich brauche über das Ganze umsohlt. Okay. Oh Ich habe es noch nicht gebrochen. Ich habe die Crafting-Benshinne. Okay. du kannst noch hinter diese formationen da das ist quasi die prüsten die prüsten die prüsten es müssen da alle hinter jeder von diesen block restaurant block die wie das wie das wir haben es wirklich gleich ich bin so gespannt jetzt ich auch ich auch dann kannst du eigentlich glaube ich schon mal die ganzen mankarls reinpfuschen und aber vorher das dnt setzen glaube ich ich warte noch bis du hier fertig bist und hier ist dann bloß der ort wo soweit ich werde hier einfach einen slime block anhängen ja minecrafts pushen also minecrafts habe ich gar nicht mitgenommen wir brauchen minecrafts ja ich baue vorne und er macht das ding wieder auf die eisenpilomite ja genau lassen wir das beacon gönnen wir brauchen kogelstatt wir haben lever äh